Nein! Geh weeg! Geh weeg! Kleiner kommt! Ist noch ein kleiner So So Oh nein, der kleine Ah, er geht weg Boah Ich werde manchmal den Ring hier wieder gegen den Frequent Ring austauschen, dass wir noch mit Mana-Punkte mitbekommen Nein! Nichts! Nein! Ah! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Boah, ich fischere mich langsam auf Gibt es euch irgendein Vieh, was mich nicht aufreckt? Ich glaube nicht Da ist auch einer Komm her, Mistvieh Stirb! Von Hier ist er, Black Phantom Mind Flayer Ich bin so froh, dass ich Anti-Magic Field habe, weil er ist so hilfreich gegen die Viecher Die Fische sind ansonsten echt nervig Backstab Nice Oh, war das knapp Ich kann gerade nämlich nicht zaubern, deswegen muss ich gerade nackt aufmachen Jetzt kann ich nicht zaubern Ah cool, jetzt kann ich die Typen wieder in einer Reihe killen Let's go Oh, da liegt auch noch was Old Spice, nice So, jetzt muss ich auch wissen mit dem Typen mit der Armbrust Ich weiß nicht, ich mach Second Chance an Sobald er mich nicht in einem Schlag tötet Vielleicht sollte ich auch den Clint schön einsetzen Ich muss hier nur links eingehen Vielleicht sollte ich mich dann auch nicht in einem Schlag Komm, das Vieh Erwischt Wieso landet der mit der Armbrust jetzt? Wieso landet der mit der Armbrust jetzt? Nein Gott Ha, geil Ich hab den mit der Armbrust noch erwischt Oh shit Ich könnte jetzt theoretisch Ich könnte den Thieveswing ausziehen Auch würde ich den Clever Red Swing anziehen Bin ich im Hyper-Mode Noch mal ein Zauber, als wäre ich mir scham Noch mal ein Zauber, als wäre ich mir scham Soll ich mich aber nicht heilen, ne? Ein bisschen Mana regenerieren Was ich mach mit Waffen, Zaubern und Fernkampfwaffen Bögen und so Bogen, Armbrust und so Weil ich dadurch mäßig mehr Schaden, weil ich im Hyper-Mode bin Das ist wie immer viel Na super, der gut geklappt Wird auch vom Aufzug dann Aussteigen Wird auch vom Aufzug dann Aber eigentlich würde ich den nicht hier in dem engen Korridor Dann kann man von der Tür Naja Wird schon schief gehen Ich seh schon, dass ich wieder sterbe Ah, ist schon gelandet Was machst du? Was wird das denn, wenn es fällig ist? Ja Ja Noch ein zweiter, alles klar Bei uns waren es ja guck mal Überblick Ich bin kein Problem Ich bin kein Problem Ich bin kein Problem Ich bin kein Problem Nice, ein M-Schlag Und tschüss Und tschüss Boah, eglis Boah, schock mich doch nicht so Ich gehe jetzt mal zurück kurz in den Nexus Ich gehe nur noch kurz zurück in den Nexus Ich brauche mich noch ein bisschen anderer ausrüsten Und ich könnte mich auch wieder schon aufleveln Oder schon wieder aufleveln Oh, ist halt jetzt hell Ja genau, Olle Ich hatte ja gesagt, ich wollte Endurne so 20 mal Aber eigentlich brauche ich den gar nicht Ich werde Magic und Faith Werde ich auch 45 Euro zu bringen Und dann habe ich den Tal als Man of Beasts Full Power Also hier, dieses Tal Deposit Item Genau, ist ganz scheiße Und Flamme habe ich nicht Stiletto brauche ich nicht Blessings brauche ich nicht Black Bolt brauche ich nicht So viele Arrows brauche ich nicht Nein Oder 44 49 Manche Ringe habe ich wieder doppelt Man kann leider einen gesehenen Ring nur immer einmal anziehen So Take Veltum Wollte ich hier hinten auch so Regalien mitnehmen und wie ich es finde oh ne das bei Hämmern ist der und hier genau nicht viel und dann natürlich noch andere Rüstungen ja ich habe eigentlich bessere Verteidigung als was ich hier anhabe und mehr Magieverteidigung also bessere Waffenverteidigung und Magieverteidigung sieht so scheiße aus oh egal wir interessieren uns nur die Werte so wir müssen reparieren ja halten